Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Reek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens und zu einer weiteren Folge von Eröffnungskatastrophen. Vorher aber noch der Hinweis, heute Abend streame ich ab 19 Uhr live auf Twitch, kommt vorbei. Es steht unter anderem das Finale des beliebten Sparta Grand Prix auf dem Programm und einer der beiden Finalisten ist dieser Typ. So, Eröffnungskatastrophen und habe zwei Beispiele ausgesucht, die haben es wirklich in sich. Das erste ist vom Samstag, da habe ich das Gründungsturnier der deutschen Schachjugend live kommentiert auf Twitch. Hier spielen die beiden Brüder gegeneinander Frederik Swane, 16 Jahre alt, U16-Weltmeister, Chess Fiss auf Liches, der Nickname und mit Schwarz Rasmus Swane, Sumsar, ein bisschen älter, 22-23, starker Großmeister, Nationalspieler in Deutschland und ja, die Partie dauert nicht lange. Frederik beginnt hier mit C4, E6, Springer F3, D5, E3, das ist, was hast du für eine Eröffnung, Reti, glaube ich, Springer F6, B3, möchte hier den Läufer nach B2 entwickeln, C5, Weiß, Schwarz stellt einen zweiten Bauern im Zentrum auf, logisch, Läufer B2, Springer C6. Hier muss man vorsichtig sein mit Weiß, wenn man jetzt normal weiterentwickelt mit Läufer E2, dann kommt wahrscheinlich D4 und das finde ich persönlich unangenehm, E-D4, C-D4, D3 vielleicht und dann hat Schwarz Raumvorteil durch den vorgeschobenen Bauern auf D4. Deswegen nimmt man mit Weiß auch auf D5, C schlägt D5, E schlägt D5. Hier entwickelt man sich meistens weiter mit Läufer B5 und bereitet die kurze Rohrade vor, aber Frederik spielte D4. Stellt sofort einen Bauern ins Zentrum, kann man machen. C schlägt D4, Springer schlägt D4. Läufer B4 Schach und hier muss man schon sehr genau spielen mit Weiß, muss man vorsichtig sein, wie man das Schach abblockt. Ganz schlecht wäre Springer D2, wegen Springer E4 und dann gibt es hier Probleme wegen der Fesselung. Dann müsste der Läufer wahrscheinlich wieder zurück nach C1 oder der Springer müsste zurück nach F3. Auf jeden Fall, wer weiß, im Rückzug nicht so sinnvoll. Springer C3 ist auch nicht gut, wegen Springer E4. Der gleiche Grund und Weiß hat hier Probleme. Müsste mit Turm C1 den Springer decken, da kommt Dame A5 vermutlich und der Springer wird dreimal angegriffen, er ist gefesselt. Zusätzlich greift Schwarz den Bauern A2 an, weil der Springer auf C3 gefesselt ist. Auch sehr unangenehm. Deswegen der beste Zug Läufer C3. So blockt man das Schach ab. Es geht weiter mit Dame A5. Schwarz erhöht den Druck hier gegen den Läufer. Man könnte jetzt mit Weiß den Läufer schlagen. Läufer schlicht B4, Dame schlicht B4, Dame D2. Aber hier gibt es die kleine taktische Pointe Springer schlicht D4. Weiß darf jetzt die Dame nicht schlagen wegen Springer C2 Schach, womit er am Ende eine Figur gewinnt. Also muss ich hier mit dem E-Bauen schlagen. Und ich vermute mal hier, dass nach A5 Schwarz schon leicht angenehmer steht. Provoziert hier Weiß auf B4 zu schlagen. Dann kommt der A-Bauer hier, dann öffnet sich die Linie für den Turm. Das ist schon angenehmer für Schwarz. Das Beste ist halt, nicht auf B4 zu nehmen. Das hat Frederik auch nicht gemacht. Er spielte Dame D2. Beste Zug. Er ließ sich aber relativ lange Zeit für diesen Zug. Ich weiß nicht, ob er die Stellung kannte oder ob er geblufft hat. Muss ich ihn auf jeden Fall nochmal fragen. Dame D2 stellt natürlich eine schöne Falle auf. Was würdet ihr hier mit Schwarz ziehen? Und das habe ich auch während der Live-Übertragung auch gedacht. Was passiert hier eigentlich auf Springer E4? Womit wir Dame und Läufer angreifen. Dreimal den Läufer, auch noch die Dame. Das sieht erstmal auf den ersten Blick wie ein Figurenverlust aus für Beweis. Es gibt hier aber eine schöne, schöne Riposte. Schönen Gegenangriff. Es ist nicht Läufer schlicht B4. Das ist schlecht, wegen Springer schlicht B4. Und die Dame ist angegriffen, die Weiße. Wenn die wegzieht, kommt Abzugsschach hier. Na? Mit Angriff auf den Turm, mit Gabel. Das ist nicht gut. Die Riposte lautet Springer schlicht C6 hier. Dieser Zwischenzug. Super starker Zwischenzug. Und hier gewinnt Weiß jetzt plötzlich Material. Egal was passiert. Das können wir uns jetzt alles mal nacheinander anschauen. Ja, wir haben verschiedene Schlagzüge. Wir haben den Schlagzug auf C6 zu schlagen. Wir können den Läufer schlagen hier. Oder die Dame. Ja gut, den Läufer schlagen mit dem Springer macht keinen Sinn. Weil die schwarze Dame hängt. So, Springer schlicht D2. Gucken wir uns das erstmal an. Natürlich schlägt Weiß hier D die Dame. Ja und hier, was soll Schwarz machen? Wenn er den Springer schlägt, dann schlagen wir einfach den Läufer. Dann haben wir eine Figur mehr. Müsst ihr einfach nur abzählen. Ist eine Figur mehr. Wenn Schwarz hier auf B1 schlägt, dann schlägt Weiß natürlich den Läufer. Auch eine Figur mehr. Was haben wir noch? Läufer schlägt C3. Springer schlägt C3. Auch hier verbleibt Weiß mit einer Mehrfigur. Das heißt, die weiße Dame können wir nicht schlagen. Ja, was können wir sonst probieren? B schlägt C6. Kommt natürlich Läufer schlägt B4. Da hängt der Läufer. Springer schlägt D2. Und jetzt Läufer schlägt A5. Auch hier verbleibt Weiß mit einer Mehrfigur. Was haben wir noch? Ja, Läufer schlägt C3. Das ist der Zug, der in Erasmus spielte. Aber nach Springer schlägt A5. Gab er auf. Warum? Davon die Figur weniger. Wir hatten diese Variante gerade schon. Wenn jetzt Schwarz die Dame schlägt mit dem Springer, dann schlagen wir den Läufer. Wenn der Läufer die Dame schlägt, schlagen wir natürlich den Läufer. Und ihr seht es, am Ende ist immer das Gleiche. Weiß verbleibt mit drei Leichtfiguren gegen zwei Leichtfiguren von Schwarz. Ja, ich finde ein, ich muss sagen, eine wirklich eine sehr, sehr interessante Öffnungskatastrophe. Auch irgendwie lustig. Es sieht so aus, als ob Springer E4 ein Gewinnzug wäre an dieser Stelle für Schwarz. Auf den ersten Blick. Gerade in der Blitzpartie sieht man das natürlich nicht alles sofort, was passieren kann. Aber durch diesen unglaublich starken Zwischenzug, Springer schlägt C6, gewinnt Weiß plötzlich eine Figur. Ja, auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr lustige, also ich glaube, das werden sich die, das wird der Kleine, dem großen Bruder bestimmt noch lange aufs Brot schmieren. Diese kleine Partie. Und vielleicht auch nach diesem Video. So, damit das Video nicht allzu kurz ist, habe ich noch eine zweite Öffnungskatastrophe reingepackt. Für diese Folge. Und zwar nur sechs Züge. Haltet euch fest. Nur sechs Züge. Und in der Datenbank finden sich 27 Partien mit dieser Abfolge. Es ist halt ein sehr, sehr wichtiges Motiv, was ich euch jetzt zeigen werde. Das sind die stärksten Spieler, die diese Variante gespielt haben. Zwei internationale Meister, wie ihr seht. Weiß beginnt hier mit E4. C5. Sizilianisch. Springer F3. D6. Der Hauptzug hier ist natürlich D4. Oder Läufer B5. Schach. Hin und wieder findet man Weißspieler, die hier C3 spielen. Die Idee ist, D4 mit D4 das Zentrum zu besetzen. Meistens spielt Schwarz hier Springer F6 mit Angriff auf den Bauern, damit Weiß nicht so ohne weiteres D4 spielen kann. Aber in dieser Partie und wie gesagt in vielen anderen Partien spielte Schwarz Springer C6 hier. 27 Partien hatte ich gesagt. Es gibt noch zahlreiche weitere Partien, wo Schwarz dann letztendlich nicht in die Falle reingetappt ist. Springer C6. Das lässt aber D4 zu. Klar, das war die Idee von Weiß. Schwarz unternimmt nichts dagegen, also besetzen wir das Zentrum. Und jetzt Läufer G4. Das haben viele Leute gespielt. Läufer G4. Das ist in Kombination mit Springer C6. Logisch. Fesselt den Springer und liebäugelt mit dem Schlagen auf D4. Das ist aber nicht gut. Jetzt spielt Weiß sehr, sehr stark D5. Raumvorteil im Zentrum. Schiebt den Bauern vor. Mit Tempo, weil er den Springer angreift. Und jetzt die Frage an euch. Was würdet ihr hier mit Schwarz spielen? Der Springer ist angegriffen. Wo soll der hin? Tja, wenn ich schon so suggestiv frage. Springer E5 ist ein großer Fehler. Das ist der Zug, den viele, viele, ja, viele Leute schon gespielt haben. Greift den Springer an. Der ist gefesselt. Jetzt kommt aber ein sehr, sehr wichtiges Motiv, Leute. Das ihr euch unbedingt einprägen müsst. Wenn ich schon so frage, was ist hier der Gewinnzug für Weiß? Weiß gewinnt hier. Zieht und gewinnt. Was ist der Gewinnzug? Wie lautet der Gewinnzug? Springer schlägt E5. Warum funktioniert das? Ganz einfach. Wenn Schwarz den Springer schlägt, dann hängt der Läufer natürlich. Dann gewinnt Weiß eine Figur. Wenn Schwarz die Dame schlägt, was die Pointe ist letztendlich, folgt Läufer B5 Schach. Und Schwarz muss die Dame zurückgeben. Nur die Dame kann den Schach abwehren. Dann schlagen wir die Dame. König D8. Naja, und hier können wir uns aussuchen, wie wir eine Mehrfigur haben. Wir können den Läufer nehmen, denke ich. Und dann zieht der Läufer weg, irgendwo hin. Ihr seht es. Weiß hat eine Leichtfigur mehr. Man kann aber auch auf F7 nehmen, denke ich. Schach. König schlägt D7. Und jetzt erstmal König schlägt D1 erstmal. Erstmal den Läufer schlagen. Und danach den Turm. Hier hat Weiß sogar am Ende einen ganzen Turm mehr. Mindestens. Also, Springer schlägt E5. Das ist hier der Gewinnzug nach Springer E5. Ganz großer Fehler Springer E5. Springer schlägt D5. Ein ganz wichtiges Motiv. Müsst ihr euch einprägen in der Eröffnung. Es gibt verschiedene Variationen dieses Motivs. Und hier gewinnt Weiß Material. Ja. Das war meine heutige Folge von Eröffnungskatastrophen. Wie ich finde, zwei sehr, sehr schöne Beispiele. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und falls ihr weitere Katastrophen dieser Art sehen wollt, guckt einfach mal in meine Playlist. Dort warten viele, viele weitere Beispiele, um von euch gesichtet zu werden. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, schleunigst nachholen. Haut rein.